Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn? Ja. Du hast Kraft. Ja. Wie kommt denn da raus? Ja. Wo kommt denn da raus? Ja. Ja. Da hier, mein alter Samen, der hat zu Cannes nur 25 gefahren. Jetzt beim Sommerweizen durch, durch die rechten Reiniger. Jetzt noch schnell einen Rundblick. Ich bin hier auf dem Silo-Dach-Getreidesilo Erzigen. Und jetzt sieht man dann übers Land. Man sieht auch meinen Hof. Den zeige ich euch jetzt gerade. Dort ist er hinter den Bäumen. Das weisse Haus ist auch mein Wohnhaus. Und daneben, ja, ein bisschen schwierig zu sehen. Und hier der Loberg mit der Rodelbahn, die diese Saison zum Einsatz kommt. Während des Dorfes des Erzigen, also den ganzen Sommer bis zum Dorfes des Erzigen läuft da eine Rodelbahn. Die Saison zum Einsatz. Die Saison zum Einsatz. Die Saison zum Einsatz. Alleine immer noch dabei. Willi Miles mit einemlesen in den Höger.